Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich spiele gerade in Baku und Vincent spielt gerade in Schweden in Malmö beim Tepe, Siegemann und Co. Turnier. Ein Rundenturnier mit acht Spielern und ich möchte gerne seine Partie aus der dritten Runde anschauen gegen den Amerikaner Apimanyo Mischra, den jüngsten Großmeister der Welt. Natürlich dürft ihr wie immer als erstes einmal überlegen, was ihr in den drei Stellungen an Vincents Stelle getan hättet. Ich habe wieder drei spannende Stellungen rausgesucht. Vincent hat nicht überall den besten Zug gefunden, das kann ich schon so verraten. Haltet wie immer gern das Video an, überlegt kurz und dann schauen wir gemeinsam die Partie an. Ja, Vincent führte die weißen Steine, spielte C4, C6, Springer F3, D5. Also Mischra ist im Prinzip bereit, die slawische Eröffnung zu spielen, wenn Vincent D4 spielen möchte. Vincent spielt E3. Ja, sein Lieblingssystem. Inzwischen ist er wahrscheinlich der Top-Großmeister, der das am meisten spielt. Und der ist da auch sehr konsistent. Warum spielt weiß so? Naja, die Grundidee ist, dass man über sehr viele verschiedene Zugfolgen kleine Feinheiten ausnutzen kann, beziehungsweise kleine Fehler vom Gegner ausnutzen kann. Schwarz muss in jedem Moment bereit sein, auf D4 reagieren zu können. Schwarz muss bereit sein, gegen B3 zu spielen. Schwarz muss bereit sein, gegen G3 zu spielen, obwohl das natürlich in Kombination mit E3 nicht ganz so oft vorkommt. Aber weiß hat viele Optionen und er versucht sich erst später zu entscheiden, was er mit dem D-Bauern macht. Ja, Springer F6, D4. Okay, Vincent entscheidet sich dieses Mal direkt D4 zu spielen. Jetzt haben wir die slawische Eröffnung. Und nach E6 gehen wir im Prinzip in halbslawisch über. Vincent spielt Springer D2. An dieser Stelle nicht ganz so oft gespielt. Die Grundidee ist, dass der Springer steht auf D2 gut, um E4 vorzubereiten und weiß, möchte den Läufer nach B2 bringen, wo der Springer auf C3 natürlich etwas auf der Diagonale im Weg stehen würde. Deshalb geht der Springer hier nach D2. So, es folgte Läufer E7, B3. Also alles erst einmal nach Plan. Springer D7, Läufer D3. Der Läufer steht auf D3 natürlich etwas aktiver als auf E2, deswegen, ja, logische Wahl. B6. Und das war der Moment, an dem Vincent das erste Mal überlegt hat. Also bis hierhin war er offenbar vorbereitet. Ich würde auch nicht ausschließen, dass er diese Stellung noch kannte. Aber das war vielleicht nicht das, was er direkt vor der Partie erwartet hat. Und hier wählte er E4. Erst einmal kein ungewöhnlicher Zug, das passt zum Plan. Vielleicht etwas überraschend, dass weiß, dass vor der Rochade spielt. Aber B6 ist ein guter Moment, das zu tun, denn nun ist der Bauer auf C6 etwas geschwächt. Und vor allem hat Schwarz noch nicht den Läufer auf B7 stehen und kann nicht ganz so schnell C5 spielen, womit der Läufer den Druck auf E4 erhöhen würde. Ja, Schwarz schlägt auf E4 und spielt Läufer B7. Also, ja, Mischra spielt das sehr, sehr logisch. Dame E2 und C5. Und das ist genau das, was ich meinte. Also der Läufer schaut jetzt nach E4. Schwarz droht hier viele Figuren abzutauschen, was in dieser Struktur durchaus eine Erleichterung ist. Weiß hat etwas mehr Raum, da er bessere Zentrumskontrolle hat. Die Figuren haben etwas mehr Platz und deshalb würde Schwarz gern tauschen. Und Vincent spielt hier lange Rochade. So einen Plan habe ich in diesen Strukturen sehr selten gesehen. An sich sieht das natürlich gut aus. Die Läufer schauen beide zum König. Aber auch der weiße König ist etwas geschwächter, da der Bauer bereits auf C4 steht und Schwarz dann immer mal mit B5 anhebeln kann. Ja, ich finde es grundsätzlich erst einmal sehr gut, dass Vincent auch solche erfrischenden Ideen spielt und nicht immer nur alles nach Schema F. Denn das haben wir ja alle schon gesehen. Und das versprach jetzt auch eine spannende Partie zu werden. Tatsächlich habe ich hier mal geschaut, was passiert, wenn Schwarz einfach direkt B5 spielt. Denn das wäre an sich sehr logisch. Weiß rochiert lang, der weiße König ist etwas offen, also sollte man direkt den Damenflügel öffnen. Hier hat Weiß mehrere Optionen. Ich habe erstmal geschaut, was passiert, wenn der Bauer auf B5 schlägt. Aber hier kann Schwarz zweimal auf E4 schlagen und C4 spielen. Bauern sind hier völlig egal, wir haben entgegengesetzte Rochaden und wollen den Königsangriff anstreben, beziehungsweise wir wollen einfach den gegnerischen König matt setzen. Nach B schlägt C4 Dame A5 und hat Schwarz, glaube ich, recht offensichtlich starke Kompensation. Man kann mit A6 noch weitere Linien öffnen. Der Turm kommt nach C8 und Weiß hat momentan keine Drohung gegen den Schwarzen König und es wird auch noch eine ganze Weile dauern, bis diese entstehen. Daher glaube ich, dass das praktisch auf jeden Fall schwer zu spielen ist für Weiß. Weiß hat aber die Option, hier zum Beispiel D5 zu spielen und etwas auf Gegenangriff zu setzen, die D-Linie zu versuchen zu öffnen. Schwarz kann Springer F6 spielen und nun nach Läufer schlägt und D schlägt E6 Dame A5. Haben wir eine völlig chaotische Stellung. Wer von euch Lust hat, das zu analysieren, bitte sehr, macht das. Ich habe jetzt hier nicht weiter geguckt, der Computer schmeißt wie immer Nullen raus. Ich hätte hier aber tatsächlich sehr große Angst mit Weiß. Weiß kann auch direkt auf F6 schlagen. Das ist wahrscheinlich die sichere Option und jetzt auf B5. Hier kann Schwarz auf F3 schlagen und auf D4 schlagen und wieder sieht der weiße König nicht ganz sicher aus, aber immerhin wurden schon sehr viele Leichtfiguren abgetauscht, sodass es für Schwarz nicht ganz einfach wird, die Figuren in Richtung des weißen Königs zu bringen. Ja, Mischreuer spielte das etwas ruhiger und startete mit Dame C7. König B1 und Springer schlägt E4. Läufer schlägt und hier folgte Springer F6. Das war nicht so gut und das war die erste Stellung, die ich euch als Aufgabe gegeben habe. Und hier wäre der beste Zug wahrscheinlich auf B7 zu schlagen. Dame schlägt und dann die Idee D5. Warum ist das so toll? Naja, Schwarz muss reagieren. Also Schwarz kann sich nicht auf E6 schlagen lassen, deswegen muss er nehmen. Und Torme 1. Nun hängt der E7. Sowas wie Torme 8 geht überhaupt nicht. Wegen Läufer schlägt F6. Der Läufer kann nicht schlagen wegen Dame schlägt D8. Und wenn der Bauer schlägt, ist glaube ich sehr offensichtlich, dass die Stellung einfach schlecht ist, weil der Schwarze König dann sehr geschwächt ist und Weiß musste gar kein Material dafür aufgeben. Ich habe noch geschaut, was passiert nach zum Beispiel Läufer D8. Aber hier nach C schlägt D5 ist glaube ich auch recht offensichtlich, dass das gut für Weiß sein muss. Dieser Bauer ist stark und die Figuren stehen irgendwie komisch. Die einzige Frage, die sich stellt, was passiert nach Springer D5, aber nun nach Dame E4, ist der Springer leider weg. Vincent wählte stattdessen Läufer C2. Auch der Zug behält Vorteil, aber ich denke Läufer schlägt B7 wäre noch etwas stärker gewesen. C schlägt D4, Springer schlägt D4, Turm D8. Also Mischra hat hier erst einmal den Königsangriff aufgegeben und möchte die Kontrolle über die offene Linie übernehmen. Vincent spielt F3, A6 und G4. Jetzt geht es los mit dem Angriff am Königsflügel. Die Läufer allein reichen natürlich nicht, um Mats zu setzen, deswegen kommen jetzt auch noch die Bauern dazu. Läufer C5 und Turm D3. Und hier gab es auch einen spannenden Moment, denn hier hängt der Bauer auf G4. Ich gehe davon aus, dass Vincent den nicht eingestellt hat und dass auch Mischra überlegt hat, was passiert, wenn man den nimmt. Erstmal F schlägt G4, geht natürlich nicht wegen Läufer schlägt H1. Aber ich glaube, Vincent hat hier eine sehr clevere Idee vorbereitet und das ist Springer schlägt E6. Die Idee ist, dass man nach F schlägt E6, auf D8 schlägt und dann auf E6 schlägt. Und ja, hier hat Schwarz ein recht großes Problem. Die Läufer sind plötzlich erwacht. Der Springer auf G4 hängt jetzt natürlich und nach Turm F7 kann man Turm D1 spielen. Dame E7 und schlagen und auf G4 schlagen. Weiß hat einen Bauern gewonnen. Natürlich sind die weißen Bauern recht anfällig und Mats gesetzt wird hier wahrscheinlich nicht mehr. Vielleicht kann Schwarz die Stellung halten, aber Weiß ist der Einzige, der Chancen hat, auf Gewinn zu spielen. Schwarz hat noch eine andere Option und zwar hier den Zug Turm E8, den Springer zu fesseln. Aber nun nach Springer schlägt C7, Turm schlägt E2, folgt Springer schlägt A6. Weiß möchte diesen Läufer ablenken, sodass er auf G4 schlagen kann. Und hier kann man zum Beispiel Läufer F2 spielen und wieder völliges Chaos auf dem Brett. Ich verstehe hier nicht besonders viel. Der Computer wie immer schreit Nullen. Das wäre auf jeden Fall auch eine spannende Partie geworden von hier aus, weil hier muss man sehr, sehr viel rechnen und die beiden haben vorher schon auch einiges an Zeit reingesteckt. Also das wäre auch eine spannende Stellung gewesen. Aber auch in der Partie ging es spannend weiter, denn dort folgte B5. Ja, hier, also ich habe nicht ganz verstanden, warum Vincent den nicht geschlagen hat, ehrlich gesagt. Ich habe ein paar Varianten angeschaut. Ich denke, er hatte Respekt vor Springer D5. Okay, es droht Springer F4, also zieht der Turm weg. Und nach Springer B4 kann man Läufer E4 spielen. Ja, der weiße König sieht etwas luftig aus, aber das sieht er irgendwie überall. Und ja, deshalb hätte ich wahrscheinlich auf B5 geschlagen. Okay, Vincent hat das nicht. Er spielte Turm D1. B schlägt C4, B schlägt C4, Läufer D4. Und hier tauscht sich erstmal eine Menge auf der D-Linie und Turm B8. Ja, sehr komische Stellung. Weiß hat eine schlechte Struktur, aber das Läuferpaar und die Läufer gucken auch immer noch in Richtung des schwarzen Königs. Dafür hat jetzt schwarz auch die B-Linie geöffnet und versucht dort den Angriff zu starten. Vincent spielte G5, Dame B6. So, jetzt Achtung, also es droht Läufer schlägt F3 mit Mathe auf B2. Das kann Weiß nicht ignorieren, deswegen spielte Vincent Dame E5. Läufer schlägt F3, Turm D6, Dame G1. Turm D1. Und Achtung, der Turm hängt auf B8, das heißt schwarz kann jetzt nicht einfach auf D1 schlagen. Dame B6. Ja, Vincent hatte zu diesem Moment noch ca. 13 Minuten auf der Uhr und hat davon jetzt 9 überlegt. Und hier muss ich Vincent leider mal kritisieren. Hier hat er eine wirklich schlechte praktische Entscheidung getroffen. Er könnte hier einfach mit Turm D6 einmal die Züge wiederholen. Ja, auch sein Gegner hatte wenig Zeit. Aber in dieser Stellung, also es ist davon auszugehen, dass wahrscheinlich Weiß besser steht. Denn diese Fesslung hier ist sehr unangenehm. Der B2 ist erst einmal gedeckt und es ist nicht ganz klar, wie schwarz hier etwas herausholen soll. Das heißt, wenn Weiß näher an die Zeitkontrolle kommt, dann erhöht sich die Chance, dass er gewinnt. Und einmal die Züge wiederholen, tut erstmal nicht weh, denn erst bei dreifacher Stellungswiederholung ist die Partie Remi. So kann er eine Minute mehr auf der Uhr haben, kann die natürlich auch noch überlegen und er kommt einfach näher an weitere 30 Minuten, glaube ich, kriegen die da. Das heißt, ja, also hier einmal nochmal Turm D6 und Turm D1 einfügen, ist praktisch auf jeden Fall gut. Aber ich habe euch das auch als Aufgabe gestellt und ja, ich finde es spannend, was ihr hier entschieden habt. Tatsächlich ist es wichtig, den Läufer von F3 anzugreifen, aber gut wäre das Feld F1, denn das verhindert Dame G1. Und nun nach Läufer E2 kann man einfach Turm F2 spielen und schwarz hat das Problem, dass wirklich alles bei Weiß gedeckt ist. Die Dame kann nicht auf F2 schlagen und nach sowas wie Läufer schlägt C4 kann man auf F6 schlagen und nach G6. Turm D2 ist alles gedeckt. Weiß hat eine Figur mehr, ja, die Stellung ist nicht trivial gewonnen, weil schwarz schon recht viele Bauern hat. Und natürlich ist der weiße König offen, aber Weiß hat hier alle Chancen. Vincent spielte stattdessen Turm D3, Dame G1 und hier hat er natürlich immer noch die Chance, Turm D1 zu spielen, er wählte aber Läufer D1. Und ja, das gefällt mir gar nicht, ehrlich gesagt. Jetzt nach Turm C8 muss Weiß schon einen einzigen Zug finden, um auszugleichen. Ja, interessiert mich sehr, wer von euch den gefunden hat, weil ich finde den gar nicht intuitiv. Der beste Zug für Weiß ist hier König C1. Was ist die Idee? Also nach Läufer D1, Turm D1, zum Beispiel Dame G4, schlagen wir einfach auf F6, Dame C4. Jetzt muss der König nach D2, weil Dame C2 droht. Und je nach G6, ja, ist die Stellung unklar, würde ich sagen. Weiß hat eine Figur mehr, aber schwarz hat starken Angriff und vor allem gibt es auch immer die Option, Dauerschach zu finden. Ja, sehr, sehr schwierige Stellung zu spielen und einzuschätzen. Die Alternative ist hier Turmschlägt C4, also dachte ich, der sieht logisch aus, aber hier kommt Läufer C3. Das heißt, schwarz müsste schon Läufer Schlägt D1 finden, hätte er wahrscheinlich, denke ich. Aber ja, so ein Zug wie König C1 ist gar nicht einfach. Vincent spielte Dame C7 und der Zug verliert schon. Und ja, dann kann man sich natürlich fragen, das war jetzt recht forciert nach Turm D3, Läufer D1. Warum hat er dann nicht die Stellungswiederholung genommen? Schwer zu sagen. Es kann auch sein, dass er hier in der Folge etwas übersehen hat. Vielleicht tatsächlich den Zug Turm E8, denn hier hat er das Problem, er kann nicht auf F6 schlagen wegen Läufer E4 und schwarz gewinnt. Ich weiß nicht, ob das das ist, was er übersehen hat, aber irgendwas muss er in seinen Berechnungen verpasst haben. Er spielte hier Turm D2, aber nun nach Läufer Schlägt D1. Hat schwarz plötzlich einen Bauernmeer und starken Angriff. Es folgte Läufer C1, Läufer G6, König B2 und G schlägt F6. Und der zweite Bauer weg und schwarz hat nach wie vor Angriff. H4, König G7 und C5. Dame G4, okay, schwarz versucht alles unter Kontrolle zu halten. Dame B7 und Dame F4. Ja, hier, wir sind jetzt schon bei Zug 37, das heißt, sie mussten nur noch wenige Züge spielen. Wenn es dann spielte, König A3, Dame C4, Läufer B2, Dame schlägt C5, der nächste Bauer weg. Dame B4 und Turm C8. Zeitkontrolle geschafft, jetzt können wir nochmal schauen, was ist passiert in den letzten 10 Zügen. Ja, plötzlich hat schwarz drei Bauernmeer und weiß kann im Prinzip aufgeben. Er spielte noch etwas weiter, aber es hat nicht viel geholfen. Es folgte Turm D6, A5. Die Damen tauschten sich, aber drei Bauern sind auch bei ungleichfarbigen Läufern einfach zu viel. Läufer D4, Turm C4, König B3, Läufer D3, schwarz deckt alles. H5, A4, König A3, der König steht da auch sehr ungünstig. Läufer E2, der nächste Bauer ist weg. Okay, er kann den abtauschen gegen den F6, aber das hilft eigentlich nur schwarz, denn nun ist der H-Bauer bereit zu laufen. Turm D8, König G7. Und ja, schwarz möchte nicht zulassen, dass der Turm nach H8 kommt. Und H3, okay, Turm H8 hat er geschafft, aber nach Läufer G4 hat er jetzt aufgegeben. Denn der Bauer ist zu weit vorne und mithilfe des Turms und des Läufers wird er sich einfach umwandeln. Und ja, verdient gewonnen hier. Hier gibt es nichts mehr zu kämpfen für Weiß. Ja, eine etwas komische Partie. Vincent hat die Eröffnung und das Mittelspiel sehr kreativ behandelt. Und sehr schöne Ideen gefunden. Aber dann in Zeitnot hat er auch sehr unpraktisch gespielt. Das ist natürlich schade nach so einer Partie. Er hat sich eine Gewinnstellung herausgearbeitet und in Zeitnot hat er im Prinzip alles weggeschmissen. Und eben nicht nur zum Remis, sondern auch zum Verlust. Ja, weil er mit Remis nicht einverstanden war und ich weiß nicht genau, was er übersehen hat. Falls ihr eine Idee habt, was er in den Varianten übersehen haben könnte, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich freue mich darüber. Ich finde das auch sehr spannend. Für Vincent läuft es leider nicht so gut. Er hat jetzt einen halben Punkt aus den ersten drei Partien geholt. Aber ich bin sicher, da geht in den nächsten vier Partien noch mehr. Daumen drücken ist auf jeden Fall angesagt. Wenn ihr schon bei euren Daumen seid, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft mir dabei, dass mehr Leute meine Videos sehen. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Tschüss!